Wir haben Rihanna bei einigen anzüglichen Dingen gesehen, aber sie hat endlich ihren Platz gefunden. Ein Ort, der ihr Verhalten bei der Parade in Barbados wie ein Kindergartenausflug aussehen lässt. Rihanna war für ein paar Tage mit ihrer Welttour in Thailand auch bekannt als die Erwachsenen-Spielwiese. Sie ist angeblich zu mehreren Live-Sexshows gegangen und hat ihre Erlebnisse mit ihren über 31 Millionen Fans auf Twitter geteilt. Sie twitterte, dass sie gerade eine Thai-Dame dabei gesehen hat, wie sie sich einen Vogel, zwei Schildkröten, Rasierer, ein Dartpfeil und Ping-Pong-Bälle aus ihrem Intimbereich holte. Dann schrieb Rihanna, dass die gleiche Dame mit dieser Methode Wasser zu Spudel gemacht hat. Die Sängerin sagte, das Erlebte traumatisiert sie. Die gleiche, die auf Instagram gerne mal gewagte Bikini-Bilder von sich postet und in Australien vor einem Haufen Fans einen Sexshop besuchte. Sie hat endlich den Punkt gefunden, der sie rot werden lässt. Und Rihanna sagt es am besten. Nur in Thailand.